Heute dürfen wir mal dabei sein bei der Kindertafel, bei der Suppenküche, wie sie gemacht wird und wo sie herkommt. Und heute wird gekocht eine Gemüse-Rindfleisch-Bowl für die Kindertafel-Suppenküche und auch für unsere Schüler und Lehrer hier im Haus. Warum machen Sie das für die Kindertafel? Weil wir gerne ein soziales Projekt unterstützen und die Schüler eigentlich echt vollen Herzens dabei sind und es macht Freude. Es macht richtig Spaß, natürlich. Und wir kriegen das mit. Wir kochen schon zum zweiten Mal für die Kindertafel im letzten Jahr. Es hat wunderbar geklappt und die Schüler haben gesagt, das machen wir wieder. Was haben Sie denn da jetzt reingeguckt? Also wir haben Rindfleisch-Bände, 15 Gramm Angus-Rindfleisch gekriegt und 15 Kilo Angus-Rindfleisch, 15 Kilo Kartoffeln und insgesamt 10 Kilo Pastinake, Petersilienwurzel, Karotten und Sellerie. Und, jetzt muss ich überlegen, genau. Und wir haben eben auch unsere eingefrorenen Reste von zwei Speisenausgaben, nämlich eine Rinder-Bolognese-Soße und eine Kürbiscreme-Suppe, jetzt hätte ich es bald nicht mehr zusammengebracht, als Flüssigkeit da noch mit rein. Die haben also, da hatten wir Schulverpflegung und haben einfach Reste übrig gehabt und das waren in etwa jeweils so vier Kilo. Und die haben wir dann mit rein verarbeitet. Also ich kann bestätigen, es riecht also sehr, sehr, sehr gut. Genau. Wir haben uns Mühe gegeben, wir haben es abgeschmeckt, wir finden es auch gut. Ja, wie viele Schüler waren dann beteiligt? Aus der Landwirtschaft waren es jetzt zehn oder elf, also einer war krank und aus meiner Klasse sind es acht Schüler. Ja, und Sie sind die Frau? Ich bin die Frau Auer und bin Klassleitung von der 12. Klasse Ernährung und Versorgung und wir kochen hier eigentlich fast jeden Mittwoch für die Schule. Dankeschön, Frau Auer. Sehr gerne. Gucken wir mal in den Topf rein. Oh, der sieht also wirklich. Also ich habe es jetzt runtergeschalten, weil bei uns gibt es ja erst um 12 Uhr das Essen. Ja, ja. Genau. Da gibt es natürlich auch Nachspeisen noch. Da machen wir jetzt noch einen Nachspeisen. Oh, warte mal. Darf ich mal einen reingucken? Oh, sieht auch gut aus, gell? Dass mit dem Projekt viele einzelne Themen bedient werden. Wir haben Spenden von Gemüsebauern bekommen, um dieses Mittagessen zu machen. Wir haben Spenden von unserem Supermarkt bekommen, der uns beliefert. und wir verarbeiten auch Gemüsehäute, die vielleicht ein bisschen krumm sind, schief sind, aber sehr wertvoll sind. Wir wollen Lebensmittel retten und was Gutes tun dabei. Die Landwirte sind voll dabei und die Hauswirtschaft. Die Bäcker haben ein Brötchen dazu gebacken. Rote mal ein bisschen lachen, bitte. Schön. So, hallo. Jetzt habe ich also den Schulleiter hier von der Alfons-Gobbel-Berufsschule bei der Kamera. Herr Sackstetter, warum für die Kindertafel? Was hat Sie bewegt für die Kindertafel, diese Aktion zu machen? Ja, das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Meine Kolleginnen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, da könnte man sowas machen. Und das habe ich natürlich von Anfang an unterstützt, weil ganz viele Leute ja wirklich Schwierigkeiten haben, warmes Essen zu bekommen, ob das familiär ist, finanziell ist. Und wir haben gesagt, wir machen das auch dieses Jahr wieder. Und es freut mich, dass auch jetzt diesmal die Landwirtschaft und die Bäcker dabei sind und nicht nur die Ernährung und Versorgung. Und deswegen finde ich das ein gutes Projekt. Das heißt, es sind auch mehrere Abteilungen heute beteiligt. Also die Bäcker und die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft. Genau. Die haben sich zusammengetan, haben sich die Kollegen einfach darüber unterhalten, was können wir machen. Und aus den Gesprächen, die im Lehrerzimmer gelaufen sind, ist dieses Projekt dann entstanden. Es ist ein bisschen größer geworden als letztes Jahr. Aber ich finde das klasse. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn man sowas machen kann, so ein soziales Projekt, dann können wir das machen. Und es ist alles im Unterricht integriert. Das heißt, das sind Dinge, die ja sowieso gemacht werden müssen. Und warum sollen wir dann nicht jemandem was zugutekommen lassen, der sowieso nichts hat. Von einer anderen Schülerin, diese Veleda-Produkte, die Mutter hat einen Laden und hat das geschwindet. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das brauchen wir natürlich auch. Wenn die Menschen auch noch in Schweinfurt nicht bloß satt, sondern auch schöner, durch die Cremes. Also ganz klasse. Brauchen wir immer wieder. Das heißt, Schüler und Schülerinnen, wenn ihr zu Hause was habt, wo wir auf sowas auch verwenden können, einfach über die Schule anbringen. Und wir holen das einfach ab, ne? Ja, hallo. Hier sind wir in der Alfons-Koppel-Schule, unser Helfer vor Ort. Und zwar, wir haben hier wieder eine Spende bekommen für die Suppenküche. Die Schweinfurt-Kinder-Tafel hat über ein Jahr eine Suppenküche eingerichtet, wo momentan 95 Abholer täglich in einer Stunde warmes Essen kriegen. Und dadurch sparen wir natürlich Geld. Und nebenbei haben wir ein neues Projekt in die Welt gerufen. Ich hoffe, dass es viele sehen und auch hören, denn Schule macht Schule sozusagen. Wir haben hier die Landwirtschaftsschule, wir haben die Hauswirtschaftsschule und die Bäcker haben bei diesem Essen mitgekocht. Herzlichen Dank an die Schule und alle, die damit zu tun haben. Bis bald. Vielen Dank. uerhaft. Wir sind doch von der Seite, wenn der woher ist. Dann muss er nicht so klettern. Wir haben auf den Klei immer eine Treffel drauf. Das ist jetzt die Abensammlung. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir haben links und rechts mit der Linie entgegen. Das heißt, die Leute spenden. Oder, wenn wir jetzt von euch spenden bekommen, hängen die Arbeiter zu. Ja, hallo. Hier bei der Schweinfurt-Kindertafel ist einer der Herzprojekte. Wir haben hier diesen Gabenzaun, den wir seit über einem Jahr installiert haben, aufgrund der Pandemie, aufgrund der vielen älteren Menschen, die sich auch mit Geld schwer tun, haben wir uns gedacht, okay, hier können noch zusätzlich Lebensmittel entsprechend abgeholt werden. In diesem Gabenzaun haben wir links und rechts vier Lebensmittel. Und geradeaus, von uns aus gesehen, sehen Sie auch Hygieneartikel, wo Sie umsonst bei uns abholen können. Momentan ist es so, dass viele uns unterstützen und von zu Hause oder wie jetzt hinter uns die Schule, Alphons Koppel, die Produkte bringt und einfach für die Bedürftigen hinhängt. Das ist eine herzensgute Sache. Wird nicht geprüft. An sieben Tagen, 24 Stunden lang, kann man hier Produkte hinhängen und vor allem auch abhängen. Ich würde mich freuen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie uns unterstützen. Die Schweinfurt-Kindertafel ist in der Friedrichstraße 8 und der Gabenzaun ist jeden Tag begehbar. Vielen Dank für das gute Projekt. Warum kommen Sie denn her zu der Suppenküche? Der schmeckt gut und besser für uns. Sie kommen schon lange? Nur ein Jahr vielleicht. Einfach unterweisen und wir werden jetzt schon mit dem Essen beginnen. Hallo, Abus, was passiert denn hier jetzt? Ja, wir haben hier seit einem Jahr die Suppenküche eingerichtet, eine unserer Herzprojekte. Hier werden Leute, die sich nie mehr selber bekochen können, auch entsprechende Leute, die auf Geld wieder schauen müssen, kostenlos vergöstigt. Also wir haben jeden Tag vom Montag bis Freitag hier die Küche auf und geben warmes Essen an Leute, die nicht bezahlen müssen. Ohne Abholschein. Und die ganze Sache werden natürlich aus Spenden finanziert. Und heute haben wir eine ganz besondere Spende von der Alphons-Koppel-Schule, die Landwirtschaftsschule, die Hauswirtschaftsschule und die Bäcker haben ein leckeres Essen zurecht gemacht. Und wir wollen das kostenlos verteilen. Einen guten Appetit und vielleicht gibt es Nachahme hier, uns auch was zu spenden. Vielen Dank an die Schweinwurter. Und was passiert, wenn die Berufsschule mal nicht kocht? Wer kocht denn dann? Ja, wir haben natürlich unseren Hauskoch Udo Geyer mit ihrem Pizza-Wagen. Der bekannte Udo Geyer kocht für uns natürlich das Essen. Wir bekommen das immer warm angeliefert und wir haben seit über ein Jahr Partnerschaft hier, der uns sehr gutes Essen und Leckeres bringt, täglich vom Montag bis Freitag. Wir danken Ihnen auch recht herzlich. Das ist jetzt eine Spende von Aldi und da können die Leute dann mitnehmen, wenn sie möchten. So und jetzt geht es los. Es wird also die Suppe von der Alphons-Koppel-Berufsschule an Bedürftige ausgegeben und ich finde es also wirklich eine super Sache und die hat wirklich gut gerochen, die Suppe. Also, ich habe einen Hunger gehabt danach. Vielen Dank an die Kinder-Tafel, an euer Engagement und vielen Dank an die Menschen, die diese Sache unterstützen. Bleibt dran, helft weiter mit, dass diese Not gelindert wird.